Oder langweiliger noch irgendein Professor jener Zeit, so langweilig sind sie. Doch da ist ganz am Anfang ein Foto, ein einziges, das anders ist und den heutigen Betrachter auf der Stelle fesselt. Klein Christian, 1872, im Alter von erst einem Jahr, noch im Kinderröcklein, beide Augen leicht verdreht vor belustigter Neugier und das München schon so spöttisch geschürzt.